dann müssen wir einen neuen job aufmachen ja guck ich gleich mhm wir haben dich Kapitän vergiss es wieso habe ich meinen Geisteszustand erhöht bekommen hast du was abgekriegt? durch den Flieger? ich habe ja nur den Flieger aufgejagt noch herzliche zwei Sterne, für was? weil ich dich erst zuzug aufgejagt habe, oder was? na der eine, der sieht mich nicht, der erste scheiße, jetzt haben sie mich gesehen Dreckskorps, komm her Scheiße, kommt sie nur einen scheiß ding zerstört habe ich habe 50 zerstörter weißt du so ich habe sich eingeladen so sucht euch was anderes scheiß kurz also ihn gehen nicht falsch verstehen warte kurz damit ich kurz mal neue links kaufen kann hier haben wir verfügungsteakt okay ich habe zwar was hatten wir noch nicht wir glaube ich noch nicht mehr aber ich weiß nicht ich habe marken daran ich habe die schon mal irgendwann mal gemacht aber ich habe in gta schon zu viel gemacht aber okay so jetzt kann ich schon mal wasser nehmen hole die kokett also komplett abschlag abklatsch doch du kannst du kannst du fahr mit dem link ja okay also ich meinte ob ich dir die frage mich freigeschaltet haben kann das sein das heißt dann ein eigenes auto weißt du ja ich mache dir die jetzt mensch ist aber ganz schöne strecke ja gut wir sind hier am arsch der welt und ich denke mal die wird irgendwo in der innenstadt steht ich denke nicht dass sie mir hier oben von hier oben aus autos haben ist Ich habe gerade noch nebenbei mit einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir. Die arbeiten ja am Flughafen. Die sind auch fleißig da beim großen Online-Händler am Aushelfen. Das ist das einzige, was momentan läuft, weil die Flugzeuge sind natürlich immer noch am Boden. Da ist halt nichts, momentan. Ich weiß halt nur, dass manche von denen gelegentlich leer fliegen, oder? Ja, damit es weil sie eine gewisse Zeit mal geflogen werden müssen, damit sie immer wieder ein bisschen einlaufen. Gegen den Triebwerken und so, damit sie nicht so festlaufen. Und auch, damit sie ihre Gates erfüllen. Die haben ja irgendwie so und so viel, damit sie ihre Gates behalten. Ja, genau, die Fluglinien und so, ja. Ja, ich weiß. Oder die werden halt meistens auch genutzt, um Kartons und so zu transportieren. Ich glaube, es sind jetzt vor kurzem hier welche gelandet. Und die haben nur so den Passagierraum mit Kartons gefiltert, mit dem Impfstoff und so. Ja. Und so rosten auch die Piloten nicht ein. Ja, die stehen jetzt seit quasi dem Jahr unten am Boden. Ich wäre ja letztes Jahr, ich hatte letztes Jahr drei Flüge, die ich gebucht hatte. Und die haben sie dann alle komplett storniert. Bewegt die sich? Ist gar nicht mehr hier. Äh, ich hab da noch. Die fährt. Ja, warte, ich mag hier die, die wir mal wieder. Ja. Nimm mal die Markierung bei dir raus, bitte. Dann kann ich dir die, kann ich dir immer wieder den Wegpunkt geben. Ja. So, jetzt, jetzt kannst du. Nein, schau. Ich setze mal wieder neu. Ich bin jetzt in der Karte drin, dass ich da den, den Weg markieren kann. Mach natürlich aber auch Sinn, dass das Ding fährt, wenn man überlegt, dass die es so eine Verfolgungsjagd heißt. Na. Okay, der fährt jetzt hier oben lang. Ich bin gleich da. Naja, übernächster und dann links. Dann müsstest du eigentlich echt dahinter sein. Du müsstest jetzt hinter der Kurve auftauchen. Da ist er doch. Du machst es schon gut. Naja, klar. Dafür bin ich ein Beifahrer. Dafür bin ich ein Beifahrer. Ja, natürlich. Na gut, ist klar. Der, der sich gemeldet hat, gibt mir mein Auto zurück. Ich weiß nicht, da unten. Komm, komm, komm. Ich hab dich zu spät gesehen. Aber ich krieg da schon irgendwie hin. Ich hab dich zu spät gesehen. Ich bin schon da. Ich hoffe, es ist schon los. Ich wollte gerade wieder meinen Standardfluchtturm fahren, aber soweit ist es gar nicht gekommen. Hier hören wir immer noch cops rumfahren, aber ich habe keine Sterne mehr. Boah, Alter, nimm mir nicht die Vorfahrt, du Vollidiot. Da hast du einen Kopf mit Blau, dich dann haben wir fast die Vorfahrt weggenommen. Ah, du hast doch Sterne, ne? Ja. Jetzt nicht mehr. Okay. Weil der gerade auf den Hof gefahren ist, der vorsichtig beim Rausfahren. Ich wunderte mich, warum die jetzt hier alle mit Blau, dich doch durch die Gegend fahren. Und der hat mir fast die Vorfahrt weggenommen, wenn ich da fast in den Rhein gekracht habe. Dann hätte ich wieder Sterne gehabt. Äh, warte mal. Aber egal, das Auto ist jetzt abgeliefert. Klump. So, das war der eine Kratzer zu viel. Das gibt weniger Geld. Was? 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 Checken? Was? Was?! Was? Was? Ich, nicht. Ich bleibe mal. Auch zum nächsten Mal... Zum nächsten Mal. haben wir doch so ein bisschen autofahrer ausfahren hat immer die gleiche mission ist das problem die hat auch noch zu viert spielen das ist die letzte heli aus der erste damals schon mal gemacht mit den diamanten glaube ich ist dass das wo wir zusammen die links weggeräumt haben und so war das geht auch noch mit mindestens zwei spielern ja ja das geht eigentlich das ist eine vier spieler mission quasi zu zwei gegen zwei ein team dann bewacht macht das andere team da versucht haben zu holen das haben wir doch vorhin schon gemacht was ja 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 kann ja da kann man noch mal rausgehen aus der mission meiner meinung nach ich brauche dinge nicht doppelt dreifach vier fahrt zu machen ich habe gleich ein nur sitzung beendet spiel es konnte keine kompatible sitzung gefunden ja die tritt zu seiner neuen ball na happy bürste ich bin mal sofort wieder da ich muss mal kurz rüber gehen zu meiner freundin macht das ich bin mal kurz So, dann landen wir mal wieder an der offenen Sitzung. Natürlich, war ich ja eine Überraschung. So, meine Kohle 1-2 bis vor der irgendwie irgendwie, wenn man wieder auf die Idee kommt. So, ich wollte euch kommen auf eine Dingsklötzung. Hmm. So. Ja, mein Gott, stell mir doch mein Auto noch zu, ey. Ich bin hier so auf der Lobby-Sitzung. Freunde-Sitzung. Hier oben. Also. So, bin wieder da. Ja, alles gut. Bin wieder auf deiner. In der Sitzung. Ich muss dir nur bei einer Sache mit meiner Xbox helfen. Ach, die Zeit am Xbox oder was? Ja, aber der wird meistens als Blu-ray-Player benutzt. Okay. Also, damit guckt sie hier ihre DVDs und sowas. Naja, ich hab das meistens sozusagen meine PS4 dann auch deswegen. Guck mal, mein Auto von unten dann. Hab dich. Ähm. Na, varte. Jetzt hab ich wieder. Die Spielverderber mit dabei. So, dann mach ich jetzt mal einen neuen Job auf. Ja. Hopps. Ein Hopps. Hm. Ja. Oh, nein. 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 So, jetzt sind die Blöden, kommt es auch wieder weg.